An dieser Serie von Videoen weisen wir euch, wie die Literacy mit kleinen Körnern können entwickeln und wie zusammen mit älteren und Bibliotheken euch heute helfen. An diesem ersten Video darstellen wir euch das Konzept für Literacy 4 und weisen euch ganz flott an Produktivaktivitäten. Die wollen nicht ins Bett, aber der Doktor trägt ihr einfach die Treppe hoch. Am zweiten Video weisen wir euch, wie ihr mit älteren an einer Bibliothek zu simulieren könnt. Jenny, wir können das nicht mitholen, wenn das ein Gänster bei der Frau war. Den dritten, an der feierten Video, die Handeln von der Kollaboration mit den Älteren. Weißt du, was du grüßt? Ja. Weißt du, wer du grüßt? Ja. Weißt du, was 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 du grüßt? Ja. Alle Videos stammen aus dem Forschungsprojekt Comper, eine Zusammenarbeit zwischen der Uni Lützebüch, dem Service National der Jeunesse und dem Edukationsminister. Die Videoen fanden ihr Umsatz von der Uni Allo und von der Enfants-Jeunesse. 3, 4, und 7. Attention. Oh, wow. Eine Magie Hand. Ta Hand, elle a pris des couleurs. 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1. 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 10. Untertitelung des ZDF, 2020